Korrespondenz. Korrespondenz ist zum einen Briefverkehr. Korrespondenz ist auch Verbindung zwischen Einzelnen. Wir können zum Beispiel von Korrespondenz sprechen zwischen den indischen Chakras und verschiedenen der Sephiroth. Wir können auch Verbindungen herstellen zwischen den indischen Göttern und den griechischen Göttern und den Erzengeln. Es gibt Korrespondenz zwischen den Engeln der jüdisch-christlichen Tradition und den Engeln der indischen Tradition. Man findet Korrespondenzen zwischen den verschiedenen Elementen, den verschiedenen Farben des Tarots, den verschiedenen Farben im Skat, den Erzengeln und so weiter. Also Korrespondenz kann etwas sein innerhalb einer Kultur, wo man eben sagt, Korrespondenz, bestimmte Engel und Farben und verschiedene Aspekte Gottes, Elemente, dann auch verschiedene Elemente in der Alchemie und so weiter. Das ist also die eine Korrespondenz und die andere ist Analogien zwischen Systemen verschiedener Völker und Kulturen. So gibt es die Korrespondenz Saturn und als geistige Fähigkeit ist dort die Disziplin. Als weitere Korrespondenz könnte man sagen auch Einschränkung. Korrespondenz im Erleben ist Verlust und so weiter.